Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir haben hier einen Auftrag von sagenhaften 800 Gold, um jemanden hier zu finden und den quasi hier als Gangnen mitzunehmen und das ist wieder derselbe Dungeon, den wir vorher doch hatten oder nicht? Das heißt vorhin, also für euch letzte Folge, ne vorletzte, ich meine vorletzte, so ungefähr, derselbe Dungeon wieder mal, der greift hier an. Wo ist denn da vorne? Du Keeper. Boah. Echt Spinne. Aber jemanden 35 Gold. Ne, ist auch nicht, ist auch nicht wirklich groß hier, der Dungeon. Den hatten wir ja kürzlich. Von mir sebbe sebbe. Ja, okay, man muss aber auch sagen, mit damaligen Verhältnissen war das schon ein krasses Spiel so. Oh, diese Geister, ey. Nix mehr. Genau, hier haben wir wieder den. Nase juckt, einen Moment. Genau, und hier führt auch. Nur das Loch hier. Hä? Drei Minuten hauern, ey. Braicelet. Und der andere? Hallo, ich will den anderen. Hier. So. Hat auch nichts. Warum? Braicelet und Staff. Staff ist nicht. Ähm. So. Hier gibt's auch wieder nichts, außer noch so'n Loch. Wäre cool, wenn ich hier irgendwie auch noch so'n Platz mitten, äh, hier in der Mitte. Jetzt will ich da rein, hä? Boah. Hey, ich will hoch. Zum Ding ohne. Nee, aber wahrscheinlich durch den Loch im Boden da. Da ist ein Weg rein. Und hier gibt's nichts. Nice. Also wieder hoch. Bleib mal ich. Auf der Seite. Hier gibt's nichts. Na, da ist ein Weg. Und schon, wo Deadwind führt. Auch nirgends wohl. Oh, so. Gehen mal hier. Irgendwie. Ah, hier ist wieder Ende. Natürlich. Ah, Schatz. Nice. Ein Dwarenhelm. Ein Zwergenhelm. Jetzt bin ich gespannt, was der Wert ist. Oh, da geht's weiter runter. Ah, stimmt. Ja, ja, das war der. Den kennen wir doch hier. Und hier gibt's nicht. Und hier nochmal ein bisschen geradeaus. Natürlich. Und hier auch noch rechts. Okay, hier gibt's nicht. Wir gehen hier mal. Die Tür hatten wir schon. Oh, da müssen wir mal hier. Weihnachten Gold. Oh, da muss ich hier mal hier sein. Oh, da muss ich hier sein. die kaputt immer kaputt wäre schön wenn der auch mal Schaden nehmen würde okay jetzt haben wir den hier gibt es uns nichts ja dann bleibt uns nichts lieber außer da hin zu wo es weiter runter geht wie man es auch immer ausspricht ich bin nicht gut in englisch ja die sind hier definitiv schon mal in den mann lieber in den Norden goldbeutel um den backer nehmen wir auch mit hier scheinen aber eher so mehr wertvolle dinge zu sein das ist eine Tür ob wir die Tür übersehen haben den Weg hier so gibt es na na kommst du da nicht weiter Tovan Masbro gives up his fight figuring that perhaps Dingsilrim will be more merciful than you yo wir haben ihn das heißt ein kleines save game auf die 3 ich habe jetzt nicht gedacht dass er der ist den wir hier jagen mussten finden mussten hier muss es auch irgendwo weiter hier wollen wir hier noch erkunden vielleicht finden wir hier noch einige Schätze denn 800 Gold für den Typen ist schon relativ wenig dann nennen wir zu dass wir hier irgendwas noch finden was wir verkaufen können irgendwas wertvolles wir haben ja zumindest schon Mitrilhelm und Dwemerhelm äh 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 Zwergenhelm ja die hießen die noch nicht Dwemer warum auch immer wo vielleicht kann sein dass sie es einfach relativ spät auf die Idee kam komm wir nennen die mal Dwemer nicht Dwemer sondern Dwemer oder beziehungsweise Dwemer sind ja eigentlich Dwemer ich habe ein absurder Gefühl wenn ich da hingehe dann habe ich Schwierigkeiten zu kämpfen gegen einen der netten Drachen hier Boah schnell 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 müssen wir drauf gehen euer Dämon jo den haben wir erwischt er hat mich aber jetzt eher doch schon erschrocken obwohl ich den gehört habe ja da geht es weiter noch so ein kleiner Drache gehen wir noch gleich hin und ob wir ihn nicht gesehen haben wohl eher nicht gehen wir ich habe hier noch was übersehen sehe ich gerade gehen wir gerade aus schauen mal was wir da oben boah genau vor mir soll ich mal drauf gehen haben relativ viele von denen schon mittlerweile da oben rum einmal schau du hau auf mich drauf und er hat nix wo ist noch einer keine ahnung wo der sein soll aber ich habe ihn gehört noch ein Minotauru noch ein Minotauru Singular haben wir schon was fehlt uns der Raum da oben und das hier mit dann heißt es für uns nur noch ganz im westen haben wir noch aber hier noch hier ok raus und dann nach weg Wasser geht in Ordnung ausnahmsweise mal dann hier so wer ballert da gut den magiern 18 gold nice ich glaube brauchen wir nicht wir gehen dann links rum müssen wir auch noch ein bisschen hier genau daraus haben wir noch nichts gesehen hier haben wir noch nichts aber noch hier 70 gold machen uns reich eigentlich die hier müssen wir noch der iron golem obviously belongs to the ranks of the underkings minions there is a stream of madness in the eyes that tells you negatious futile ach ne bitte ach ne da ist der so an dem ran ja so komme ich an den ran aber der kann mich nicht hauen ok ja den haben wir geschrottet warum immer diese eisengolems verstehe es nicht so hier noch rechts rein nichts aber der ist tot immerhin ist tot ganz schnell weg toll jetzt muss ich noch geheilt werden sonst gibt es hier nichts glaube ich links drum auch noch mal ganz kurz nehmen auch nicht weiter jetzt erstmal hier Richtung Norden dann hier so nach links genau vor mir kommt der wow das magier und wirft ihn Gold und noch ein Ring ich hoffe wir werden jetzt dadurch wirklich reicher 49 Gold da braucht man nichts von da geht es hier unten noch ja da unten geht es noch weiter da gibt es hier gibt es gar nichts wo kommst du denn her ganz schnell heilen macht er mich kaputt so holen wir den 30 Gold nochmal nein was fehlt uns noch mit der Bereich dann haben wir es durch dann können wir wieder nach Haven wir gehen mal hier durch jetzt wieder nicht sonst gibt es hier mal nur so wenig Schätze ich wünsche wir hätten mal irgendwie wieder mal so ein Pfund das so 20.000 Gold wert ist wie vor einigen Folgen das war jetzt schon ein Weilchen reich äh äh ein Weilchen her da äh muss aber das äh Reach Corrigate und so weiter wir entschuldigen in Reach Corrigate Bahn hier durch und dann wieder zurück hier war das ganze Zeit wo ist der troll das ist im Osten wo ist der troll hat mich die noch mehr vergiften Und er hat nichts. Warum? Warum haben Troll immer so viel nichts? Ne, hier war das. Okay, dann ab nach Heaven. 20 Tage. Hat er nicht 8 Tage gebraucht, um da hinzukommen? Considering your condition, you may not survive this journey. Do you wish for a temp? Ne, warte, dann. Machen wir das. Machen wir das vorsichtshalber. Wo? Auf jeden Fall, dass wir drauf gehen sollten. Auf jeden Fall, dass wir drauf gehen, können wir da nochmal lang. Ja. 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 Was wir vorher gespeichert haben. Was hier, glaube ich? Ja. Dann können wir jetzt noch einmal versuchen. Ja, 20 Tage, genau. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Okay, noch ein Versuch. Mal schauen, ob es jetzt ist. Du bist ein Fool, du kannst... Hä? Du bist ein Fool, du kannst... Kann er... Okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal, was ist der nächste Greenheart? Drei Tage. Ich hoffe, das überleben war. Das haben wir überlebt. Ja. Oh, was ein roter Himmel. Dann würde ich sagen, wir suchen uns ganz schnell einen Tempel. Nearest... Nearest Tempel. Nearest... Nearest Tempel. Sock West. Dann schnell Tempel suchen. Da dann uns heilen lassen und dann gehen wir sofort nach Haven. Du sag mal, näher ist der Tempel. South West, jeweils Südwest die Sonne. Da sehe ich schon einen. Ganz schnell heilen. Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Dann schauen wir mal. Der kann uns auch bestimmt vollständig heilen. Die ist 625. Hier 240. Da haben wir jetzt ein bisschen Geld ausgegeben. Ich weiß jetzt nicht wie viel. Aber egal. Welchen haben wir denn jetzt? Auf Second Seed. Okay, wir haben noch genug Zeit bis zum 15. Wenn wir jetzt hier. Ja. Und das werden wir dieses Mal überleben. Ja. Ja. Warte mal. Wo hatten wir gesagt? Es war eine Taverne. Ja. Wir gehen Richtung. Richtung hier Königshaus und suchen uns da in der Nähe eine. Ach die Uhr. 22 Uhr. Ja. Müssen dann wohl einen weichen Ben, ne? Amus Jungs. Hier vom Königshaus. Hier sehe ich von aus. Hier sehe ich von aus. Die sehen eigentlich für mich aus wie so Tavernen. So vom Kopf her denke ich immer, dass das Tavernen sind. Normale Wohnhäuser. Welchen haben wir eigentlich? Den 8. Na, ist das eine Taverne oder ist das... Das ist ein Waffenlag. Okay, sie ist ein Waffenlag. Ist da eigentlich jemand, der mir sagen kann... So, das nächste jetzt... Was weiß ich was ist? Eine Taverne oder so? Irgend so ein Zivilist oder was weiß ich? Hm. Wo sind jetzt die Tavernen? Wirklich. Ah, hi. Du. Äh, sag mal, wo ist denn... Äh, nearest denn? Ah, dankeschön. Du bist ein Engel. War ein dunkler Engel, aber... Dirty Chest. Natürlich. Hier ist... Ich kann noch mal ganz schnell ein Zimmer holen. Get a room. Da will... Eine Nacht jetzt reichen. Dankeschön. 20 Gold. Ja, natürlich hier. Ich würde sagen, wir gehen mal hier so rein. Aber wir werden definitiv wieder attackiert. So, was hat die Uhr? 11.05 Uhr. Bei Campfire Wild sagen wir mal 9 Stunden. Ja. Okay. Gut, ja, okay. Ah, ich glaube hier können wir... Ne. Kann man so viel wirklich drauf? Können wir jetzt pennen? Man muss sich hier wirklich so aufs Bett drauf. Camp vorbei. Äh, 8 Stunden sagen wir jetzt. Okay. Es ist jetzt... 8.15 Uhr am Morgen. Perfekt. Oh, hallo. Dann ab in Richtung Königshaus. Die 8. Oder beziehungsweise erst mal gegenüber hier. Bei dem, äh, Waffenladen. Ganze Schrott verbauten. Hier, genau. So? So. Was? In welcher Laden ist das jetzt? Wir sehen, dass ihr gleich hier. Bei ihm. Äh, Karunas Quality Cool Store. Ach so. Das schon, das wäre jetzt der, äh, äh, uns. Die Klappenkurors. Äh, genau. Raid Paddle, hier. 45, ja. Geht's. Genau. Und Dwarvenhelm. 1.500. Boah. Mitrilhelm. Mitrilhelm, was kommt der? 3.000. Okay, dann hier, Plattenhelm. 210. Und dann. Und dann, Bakla. Okay, Bakizashi. 4 Gold. Ja, Mann. Ganze 4 Gold. Äh, Aprikatana. Und, ne? Brauchen wir mal hin. In Orphaner. 15 Gold. Die Crystal. 1537. Nehmen wir mit. 4 Bracers. 1481. Nice. Ring. 2418. Alter, wie wär' ich jetzt schnell wieder rein? Der verkaufte Dinger hat sich mehr gelohnt als hier der Auftrag selber. Auf dem Bracelet. 234. Alter, geht in Ordnung. Auf dem Bracelet. 468. Geht in Ordnung. Auf dem Bracelet. 1031. Geht klar. Guck mal, wir sind jetzt schon wieder bei 16.000. Was fehlt denn noch? Okay, hier haben wir alles. Dann auch jetzt die 800 Gold für den Auftrag holen. Und dann schauen wir mal, dass wir in der nächsten Folge dann, nach der Übergabe, wieder mal einen Auftrag kriegen, was hier ein bisschen mehr als 800 gibt. Weil 800 war schon relativ wenig für so einen Auftrag. Willkommen zurück in Heaven, Max-Dios. Let me see what guests you have brought. White is Aragansky, eh... Shady Well, my old friend. I believe you have an appointment with my court applaud. Thief. As for Max-Dios, you should be proud, we have brought this wicked man to justice. Here are the 800 Gold people. I promise to go in peace. Joa... Dann würde ich sagen... Lassen das mal erstmal. Und... Dann beende ich die Aufnahmes-Session mal für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max-Dios. Und... Ciao! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020